Ich bin Harvey von Burger Brutal, a.k.a. früher Döner Brutal. Warum heißt es nicht mehr Döner Brutal, sondern Burger Brutal? Wir wollten einfach was Neues machen. Ganz einfach. Jetzt haben wir zwei Jahre Döner gemacht und es wurde Zeit mal für ein bisschen Spaß wieder. Was ist das Besondere an eurem Burger? Wir haben natürlich die hervorragende Fleischqualität wie vorher beim Döner auch. Wir haben auch einen Burger, einen Smash Burger, der quasi angelehnt ist an die Geschmäcker vom vorherigen Döner. Und ja, die Zutaten, die Soßen, alles. Wir haben sehr viel Liebe wie immer reingesteckt, wir haben es alles runter reduziert auf die wesentlichen wenigen Sachen und die sind besonders. Wie viele Burger könnt ihr am Tag produzieren? Das wird sich noch herausstellen. Das ist, glaube ich, jetzt der fünfte Tag und wir probieren noch. Wir müssen mit den Mengen noch zusammenkommen, wir müssen noch ein bisschen ausprobieren. Ihr seid ja jeden Tag ausverkauft bis jetzt. Ja, genau. Aber das Ziel ist natürlich auch, dass wir jeden Tag bis zum 21 Uhr offen haben. Aber bis jetzt hat es schon ganz gut geklappt. So, dann probieren wir mal das gute Ding. Wow, echt ein guter Burger. Sehr saftig. Das Brot ist extrem weich. Also es fühlt sich an, als würdest du in eine Wolke reinbeißen. Die Soßen sind sehr gut gewürzt. Im Großen und Ganzen ein sehr guter Burger. Dominik, läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Mach ihn schön knusprig.